Hallo, nächste Programmvorschau am Start ist allerdings jetzt diesmal was wirklich in komplett eigener Sache. Ich brauche nämlich dringend eine Wohnung. Die näheren Details könnt ihr dann schauen, hören bei VK, bei BitChute, die sich den Trailer bei WebNewsTV aufrufen. Entsprechend den Link kopieren, ab in die Browserzeile. Ja, und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.